Du mein Gott, wie gut wäre es, könnte ich eines Tages mit schmutzigen Händen vor dir stehen. Du würdest sagen, es war gut, du hast dich eingemischt, du hast angepackt, du hast auch Fehler gemacht, warst verletzt, hast verdorben, aber du hast deine Hände nicht im Schoß versteckt, du gibst sie mir gebraucht zurück. Gedanken von Bernhard Meuser zum zweiten Advent und das Lied Wir bitten für alle mit kraftlosen Händen. Wir bitten für alle mit kraftlosen Händen, zeige, was Sinn macht, hilf es zu tun. Wir bitten für alle mit wankenden Knien, schenk festen Boden, werde zum Halt. Kyrie Eleison Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison Wir bitten für alle mit ängstlichem Herzen, nährst du die Hoffnung, wächst neuer Mut. Wir bitten für alle mit kraftlosen Händen. Wir bitten für alle, die hungern und dürsten, speise die Seele, stärke den Leib. Kyrie Eleison 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 Wir bitten für alle mit kraftlosen Händen. Kyrie Eleison Kyrie Eleison ELEISON Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020